Das ist der Rundkongolose. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben das schon doch in den Kläger. Wie sieht es denn bei denen mit der Schule aus? Verhaftig oder so? Macht jetzt ein Abitur. Abitur? Ja, normal. Hübschige Schuhe, ne? Ja, das sieht so aus, dass sie nicht mehr springen. Aber das ist für mich. Ja, das ist für mich. Ja, ich glaube, es ist noch schön, wenn er bei mir zumindest halt mitzunehmen kann. Ja, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. 2, 2, 3, 2, 1 ... Jetzt kommt noch ... To Ende. K Resttu4 Ich komme wieder raus, geht raus, gibt es die Aufnahme. Das war's für heute. Oh, das macht es gut. Keiner! 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 Das ist schon mal der Keiner-Shot, ne? Manche würde ihn manchmal vorher gar nicht. Das fiel alle vor Grund. Wir haben einen Rundfunk. Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Können wir das auch nicht? Warte, warte, warte! Warte, warte! Mann, ich habe viel vor Zuseck! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte! Jawohl! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Das war's für heute. Ich glaube, der Vertrag ist abgelaufen. Ich habe eine Ablösefrage. Bleib außen, bleib außen. Paderborn ist recht. Spiel ab. Ah, jetzt wieder festgesetzt. Spiel ab. Spiel ab. Bist du drin? Das ist ein Bumpskombo. Das ist ein Bumpskombo. Ja, seitdem ist schlöder. Nein, schlöder. Die Deutschen können eigentlich in Roland bestehen durch ihre Rüstung. Aber das war letztes Jahr der Udo Lektar, der das Binnen-Turnier haben konnte, weil er den A-Schein hat und der Maiz war ja bei der Rüstung. Schau, das hat gut gemacht. Aufs Tor zu, aufs Tor zu! Spiel, Spiel, Spiel! 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 Das ist ein großer Stelz, ich trage Präsent aus. Das ist ein großer Stelz, das ist ein großer Stelz. Jetzt, er macht ein Kampo. Ich habe das Wort gemerkt, ich habe das Wort gemerkt. Das ist der Elberstatter, äh 17er. Wofür hat er ihn reingebracht. Von einem Kreisieger-Kicker, ne? Man hat es gesehen, als er reinkommt, direkt wieder gelaufen ist. Abstart, es war Abstart. Der Kapitän von Aachen ist eigentlich auch abgeklärt. Ich bin eigentlich abgeklärt, der Kapitän von Aachen. Der hat selbst die Aktion kaputt gemacht, ne? Der hat direkt ein Zentrum. Der Torwart sieht aus wie zu ist. Der Torwart sieht aus wie zu ist. Ich kenne ihn nicht. Das war schlau. Das war echt schlau gemacht. Der Torwart sieht aus wie zu ist. Der Torwart sieht aus wie zu sein. Der Torwart ist der Torwart ist der Torwart der Silke. Und sie ist der Torwart der Silke. Die Torwart geht nicht weiter. Die Torwart ist der Torwart. Kampel! Kampel! Gute Spiele eröffnen. Genau, jetzt spielen! Aber nicht so. Wenn die mal schlau, ne? Gerade als sie durchgelaufen, einfach mit Pip schießen. Vielleicht geht der mal rein. Oder einfach mal draufhauen aus der zweiten Reihe. Das fehlt dem ein bisschen Linie. Es war ein bisschen in den ersten Kol III. Das war's noch nicht. Es war ein bisschen. Hier ist es und wir haben gespercht. Weil es so viele Leute, die wir in der ersten Karte haben. Ich bin in der ersten Karte. Wie ist es? Das war's für heute. Der Armato gegen die Raway. Ihr könnt noch stehenden Team Papier. Oke, nächstes. Geht den Wert. Ja, vielleicht gehen wir. Auf, na, nach und ab! Wir sind gut. Wir sind gut. Hörer. Glob. Ich hab's. Ich hab's. Ja, ich bin mal runter. Ruf den mal.